Willkommen in der Schweiz 2020. Dieses Jahr ist alles etwas anders. Ich werde nicht nur mit dem Motorrad unterwegs sein, sondern auch mit dem Fahrrad fahren, jede Menge laufen, um nicht zuletzt auch am Switzerland Marathon Lite teilzunehmen. Kommt einfach mal mit! Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020